Hyper Hyper heehe hee 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 oh no jaja oh no ahhhh wow wooo Der ist fast tot. Da ist noch rein, oder? Ich bin so ein opportunistischer Bastard. Ich kenne dich sogar schon sehen, du stehst bei mir da rum. Oh ja, ich stehe dich. Guck mal hier, ein Social-Zeichen. Ganz auf Sicht. Ja, das merke ich ja, den Tab. Ja, ich konnte es auch, als ich hier dran war. Einfach eine Schrohme auf und so schön. Zum Sieg bei der Macht von Greyskull. Ich gehe zur Throne Hall, wollen wir da? Nein, da sind wir. Auf der rechten Seite. Okay. Ah ja, die vorne. Da ist genau einer jetzt im Hall. Der springt hoch. Komm mal. Oh, der hat noch nichts. Oh. Oh, der ist super, aber da oben auch einer. Aber leider ist der zu, er kann ja nicht aus. Ja, er ist happy. Irgendjemand hat auf mich von hinten geschossen. Hier ist er. Hier ist er. Oh, der ist. The fuck. Oh, ich hab ihn. Scheiße, ist alles faul. Ich habe einen erwischt, der war richtig low. Wie ist einer bei mir? Oh Gott. Ja, ich sehe es. 40. Oh Gott. Oh no. Ah, tut weh. Oh, die sind alle so mobil, Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, Mann. Oh, direkt vor mir. Einmal ein Skybreaker. Schneide uns mal. Loll. Wie hat der mich getroffen? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, what the fuck. Ah, mit dem AOE, damn it. Ach so. Oder willst du die Mini haben? Wie ist das? Wie ist das? Also ich nehme euch die Mini, also. Ja, fuck. Ja, ich will ihn. Da ist er. da scheiße, die haben sich voll auf mich konzentriert, die haben auf alles andere geschissen einen hab ich, aber nur einen oh Gott jetzt sind wir noch bei ihm ja, die sind alle in der Zeit bleiben ja, die Mino hat ihn nicht gekriegt ich bin mal in den Wüste aufs 20, oh ja boah, der ist fast tot ja, ich hab ihn ich hab ihn, ich hab ihn ich komme, boy wir müssen von hier eigentlich irgendwie und draußen hab ich ihn ja auch gekillt oh, ich kann schießen, da ist noch eine äh, wer hat meine Minigun, er hat meine Minigun dieser Penner warte, der draußen, hatte der äh, scheiße, der hatte noch eine Alpe und eine Kommode au oh, das ist noch nie das ist noch nie da ist auch einer drin da ist auch einer drin der hat auch nicht mehr so viel der hat auch nicht mehr so viel der hat die Hälfte AP Scheiße, der hat den Skywalkers das hat grad weh der ist so low, alter, der ist gleich tot nein alter, da sind zwei Leute so, der eine hat einen Granatwehr und der andere den Skywalkers aua, die ballern mich hier zu oh oh oh, der ist low ich hab ihn, ja, ihn hab ich oh scheiße, ich hab den Sprung nicht warte mal, was hat äh, ich glaub das war der andere der gehörte nicht zu dem hier alter, wie klein das der schon ist ja, oh der Kerr der war da ganz vorne der war ganz vorne der war ganz vorne alter, holy shit ah er ist allein help me HELP ughh no scheiße, ich wurde runtergestanden scheiße, unser Partner ist tot Achso, ich dachte, er hat ihn. Nö, leider nicht. Aber hier direkt neben ihm ist ein Wiederbildungspunkt. Komm schon immer. Scheiße. Hier ist einer mit einem Bountyball. Der lässt mich nicht in Ruhe. Ich will ihn eigentlich nur wiederbeleben. Oder ist noch einer? Oh, man. Okay, warte. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, holen. Ich will ihn mal wieder. Ja. Oh, ich habe ihn fast gelasert. Der ist so low. Alle mit dem Bountyball. Siehst du das? Direkt da ist einer neben dir. Achtung, der ist hinter dir jetzt. Achtung, der hat den goldenen Bountyball, wenn du den gehst. Äh, hopp. Ich gehe nicht aus dem Bountyball. Oh ja, merke es schön. Alter, wie viel hier abgeht. Da geht es voll neu. Oh ja, da ist gleich, dass der Bereich jetzt schon so klein ist. Oh, guck mal. Gold ist mir wählt. Hier ist eine goldene Waffe. Hier ist auch noch eine goldene Riot. Oh, der ist fast tot. Ja, Mann. Nice. Da ist einer mit dem Bountyball. Oh, unser Bereich gekollabiert. Wir müssen ja eigentlich weg. Nee, der Bereich, ja, äh, wir müssen hier vorne, das ist das Hände, oh Gott. Das ist der Händebereich. Oh. Der ist aus seinem Bountyball raus. Oh, hat die Mauer aktiviert. Da oben ist es halt. Der ist alleine hier. Nein. Oh mein Gott, der ist so low gewesen. Ich habe aber nichts mehr getroffen, ne? Ja, ich kam leider ein bisschen zu spät. Alles gut, aber hier sind noch einige Wiederbelegungspunkte. Wenn ich hole die Krone, dann scheiß auf mich. Oh, schön boy. Die haben die Krone gedroppt. Oh, was für ein Rimmelieke, Alter. Ach, dann. Ja, boy, du hast die Krone. No way. Verhalt sie. Weg hier. Nein. Fuck. Ich habe nicht über die Maul, Alter. Fuck. Da ist der Bountyball. Nein. Oh mein Gott, wir hatten die Krone, Digga. Holy shit, das war krank. Was ein Match, Digga. Holy shit. Ich war es.